Die nächsten prominenten Gäste, liebe Zuschauer, die kennen Sie alle. Sie sind die beiden tollen, tollen Hauptdarsteller des mega erfolgreichen Musicals Hairspray. Herzlich willkommen, Maite Kelly und Uwe Ochsenknecht. Mensch, gestern Abend noch in Krefeld. Hallo. Du machst es richtig mit dem warmen Anorak. Ja, wir dürfen uns nicht erkälten. Die Jugend hat sich wieder so dünn angezogen. Toll. Auch noch schlimmer. Geht noch weniger. Ich muss jetzt ein ganz kleines bisschen petzen. Gestern Abend war ja Carmen Nebel, 2015. Ihr wart da. Und als ich mit meinem kleinen Job da fertig war, ich war ja zuständig für die Überraschung, bin ich raus. Und dann war die riesengroße Truppe von Hairspray aufgeregt vor ihrem Auftritt. Und ich wusste ja, dass Uwe mitspielt. Ich habe ich sowieso erst mal gar nicht gesehen. Und habe dann die ganze Zeit nach einer alten, dicken Frau gesucht. Und dann kam er. Aber auch amtlich, ne? Eine junge, dicke Frau dann. Schatzi, du bist, mach mal den Anorak auf, du bist ganz, ganz dünn eigentlich. Wieso haben die dich da so ausgepolstert? Du, weil das ist Teil der Rolle einfach, weißt du. Und so 40 Kilo zunehmen in zwei Monaten hatte ich jetzt noch nicht wirklich Lust dazu. Was ist da in dem Kleid drin? Das ist Schaumstoff, ist ausgepolstert. Und die Brüste sind echt, also ich meine echt, echtes Silikon. Und auch echt fest. Ich durfte es ja mal anfassen. Und die Zuschauer freuen sich natürlich, weil wir werden das Ganze ja erleben. Genau. Uwe ist Edna. Ja, Edna Turnblatt. Ich spiele die Mutter von der Maite. Und naja, die ganze Geschichte zu erzählen, jetzt dauert etwas zu lange. Aber es spielt in Baltimore 1962 in Amerika. Und da geht es auch noch um Rassismus und Diskriminierung. Und das wird in diesem Stück eigentlich behandelt, aber auf einigermaßen unterhaltsame Art und Weise. Es geht auch darum, dass ich, ich bin halt 15 Jahre alt, ich spiele Tracy und ich hole meine Mutter eigentlich so ein bisschen aus ihrem Haus raus, weil sie tut alles für uns, also für Papa und für mich, aber sie vernachlässigt sich selber. Und ich bin halt durch Tracy ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, sehr mutig. Und gleich werdet ihr sehen, wie ich dann, ja, Edna, meine Mutter, Uwe. Passt doch zum Muttertag, wunderbar. Natürlich. Aus ihrem Schneckenhaus raushole und sie wird zu einer sehr, sehr schönen Schwänen. Schwänen, ja. Wie reagieren denn die Zuschauer? Lachen die am Anfang, wenn Uwe Ochsenknecht, der also in Rollen schon oft als einen Hauch macho besetzte Schauspieler, dann plötzlich als Frau da rausgestolpert kommt? Ja, ist klar. Das ist natürlich schon ein lustiges Bild, mich in Frauenklamotten zu sehen, noch dazu als dicke Frau. Sagen wir mal so, eine Frau mit der allerbesten Größe. So sieht das aus. Kleidergröße. Jawohl. Und also beim ersten Auftritt ist natürlich eine Reaktion, aber bei den weiteren Auftritten dann im Stück wird nicht mehr gelacht, sondern die Rolle wird ernst genommen. Und das war mir auch wichtig, dass man keine Karnevalsfigur da rausmacht, sondern dass man die Frau auch ernst nimmt in der Figur. Sehr gut. Sagt bitte den Zuschauern, natürlich werdet ihr gleich bei uns, deswegen es dauert auch ein bisschen mit dem Umzug, seid ihr jetzt noch, also Uwe zumindest, in Zivil und dann gibt es richtig ein tolles Stück aus dem Musical Hairspray. Wo und wann seid ihr zu sehen? Wir sind in Köln zu sehen, jeden Abend, eigentlich ab Dienstag spielen wir eigentlich um die sieben Shows die Woche. Ja. Morgen ist die Wahl ganz einfach, da kommt der erste Eifelkrimi mit mir im SWR um 20.15 Uhr. Was ist das schwierig? So, wunderbar. Also gleich bei uns im ZDF Fernsehgarten ganz, ganz tolle Musik mit den beiden Hauptdarstellern Maite Kelly und Uwe Ochsenknecht. Falls man mich nicht erkennt, ich bin die mit den großen, also... Wir freuen uns drauf. Bis gleich. Maite Kelly und Uwe Ochsenknecht. Die Musikansagen, wobei, das dürfen Sie machen, als Belohnung, weil Sie so tapfer waren. Ja? Ich würde noch sagen, dass der Titel heißt Willkommen in den Sixties und dass es um das Musical Hairspray geht und das Dickgedruckte, das sind die Namen der beiden Hauptdarsteller und das dürfen Sie jetzt einfach mal sagen. Maite Kelly und Uwe Ochsenknecht. Hey Mama, hey Mama, guck dich um. Schau, die Zeit ändert mich auf uns herun. Hey Mama, hey Mama, glaube mir, denn ich bin mir sicher, ich verschummert in dir. Sag goodbye zu vergangenen Tagen. Mach dich frei und verlier deine Schuld. Sag goodbye, ist die Zeit, was zu wagen. Komm und wir gehen, wir leben nochmal neu. Hey Mama, hey Mama, gib mir die Hush. Lass uns erst mal halten hier am Würstchenstand. Hey Mama, hey Mama, zeig, was du kannst. Tschüss, ich hab jahrelang schon nicht mehr getanzt. Sag vorbeid, du warst allgemein in den Tagen. Sag vorbeid, du wirst Neues mitgehen. In der Welt muss die anderen sagen, denn noch im Leben geht das Warnke drin. Hallo, du warst allgemein in den Wingsdienst. Oh, 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 oh. Herzlich willkommen in den Wingsdienst. Oh, 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 oh. Go Mama, go, go, go. Willkommen in den Sixties. Hey Mama. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Bist dir der Album einen neuen Tag. Also nimm deine Angst. Wir entsorgen sie heut. Hütte eine Paschel ohne Waffe zu, denn die Welt auf den Stadeln so ist wie du. Wer? Ich. Wenn du, dass jemand dir dein Glück zerstrahlt und ein Glant für sie glücklich stört, ist nie verkehrt. Die Uhr muss da Millionen Wege offen stehen und die lassen sich so schön auf und hacken gehen. Du bist ein kleines, violettem Hans und Dreh. Du bist ein, du bist ein, du bist ein. Du bist ein, du bist ein, du bist ein, du bist ein. Komm, lass dich sehen. Oh, Mama. Hey Tracy, hey Baby, schau mich an. Meine alte Mutter ist doch mächtig. Hey Tracy, hey Baby, wir sind toll. Welches Paar, wir haben nur halb so wundervoll? Und vorbei sind die Paar. Ich trage, ich bin frei. Und der Himmel ist blatt. Ich fühle mich wohl in der Pleite, dass ich trage. Ich trage, ich bin frei. Ich trage, ich bin frei.